Die Hälfte. Ja, die Hälfte der Lichter ist aus. Okay, ähm, das heißt der Nebel breitet sich jetzt da aus. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Out? Und wo bin ich denn jetzt gerade überhaupt? Das weiß ich natürlich nicht. Äh, ich kann es lieben, okay. Was war denn das? Okay, ich muss da anscheinend jetzt nochmal rein. Wo war ich denn jetzt da noch nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja zwei Ausgänge verpasst. Okay. Let's do this again. Okay, hier ist eine Lampe. Die habe ich. Da ist Nebel. Wow. Wow, alter. Well. I didn't expect that. Aber, ich glaube, wir sind wieder bei Null, ne? Oh, nee. Er erschreckt einen bloß. Er ist sehr beruhigend. Okay, das wandert da also. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Weg von dem Ding ist. Wo ich jetzt noch nicht war. Oh, mein Gott. Das ist schon ein erforschter Weg. Was ist, wenn ich jetzt... Ich habe ja noch die Lichtechse, glaube ich, offen, ne? Wenn ich das jetzt gebe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt machen muss. Ich habe keine Ahnung. Muss ich jetzt das hier machen? Ich weiß es nicht. Oder ist das einfaches bloß so spiel? Ich halte mich jetzt schon eine ganze Stunde auf an diesem Intro. Ich weiß nicht, ob das... Ob das so gewollt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt aber auch hier überhaupt gar nicht geheuer. Aber ich mache ja auch schon wieder Dinge aus. Die will ich gar nicht ausmachen. Hier muss ich... Nee. Ich muss jetzt hier nicht überall Lichter ausmachen. Ah, vergiss es. Und rauskommen tue ich hier aber jetzt auch nicht mehr, ne? Nee, 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 Freunde. Da muss ich hier nämlich überall durchrennen. Das dauert mir zu lang. Dann mache ich das mal lieber wieder aus. Und gucke mal, ob ich so dann wieder aus dem Traum rauskomme. Ob mich das überhaupt weiterbringt. Yes. Ich weiß es nicht. Es schneit. Es sieht auf jeden Fall... Ähm... Das Ding fährt hoch. Wahnsinn. Ist das Schnee? Das ist wie damals, wenn Onkel Ed ein neues Buch anfing... Und das erste leere, weiße Blatt in seine Schreibmaschine spannte. Interessant. Dann sagte er immer... Jedes neue Blatt Papier ist wie ein neuer Anfang, Howard. Ein neuer Anfang für was auch immer du dir wünschst. Neue Hoffnung. Neuer Beginn. Und unendlich viele neue Möglichkeiten. Oh, Mann ist das hier vielleicht kalt. Alter, ist das cool. Da kommt ja richtig die Weihnachtsschwimmung auf. Das Spiel macht mich fertig. Ich seh's schon. Oh. Wo waren noch mal... Ah, da ist das Ding. Ich muss da... Ich muss da... Das muss ich mal haben hier. Computer. Wenn Sie in Ihrem Traum einen Computer sehen, ist es ein Symbol für Technologie, Information und modernes Leben. Ihnen eröffnet sich neue Möglichkeiten. Das habe ich gerade gesehen. Das waren ganz tolle Möglichkeiten. So. Na gut. Gehen wir wieder nach Hause. Ähm. Das ist schwarz. Ich will aber gerne wieder was Weises. Ich gehe da nicht durch, solange ich nicht ein Weises gesehen habe. Moment, ich suche nochmal kurz nach unserem Ausgangspunkt. Ah, verrückt. Ist das verrückt. Ist ja einfach alles weiss. So, wir müssen da vor. So hat sich die Map eigentlich nicht verändert. Boah, voll das Weihnachtssfeeling. Jetzt müsste hier bloß noch einen Tannenbaum rumstehen und dann wäre es perfekt. Okay, da ist das weisse Portal. Ich gehe sicherlich nicht durchs schwarze Portal. Ah, ah. Okay. Ich bin mal gespannt, was passiert. Puh. Das Spiel. Das ist ja genau wie bei euch. Das macht mich fertig. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Okay. So, da sind wir wieder. Ich könnte schwören, dass hier bei jedem Besuch mehr Würfel sind. Mhm. Haben wir jetzt was Neues hier? Da haben wir... Wir haben unsere Aufgabe, glaube ich... Ah, wir haben ja was gefunden. Ah, das sind alles Gegenstände, die wir gefunden haben. Und das ist jetzt unser Inventar. Und wir sind da noch nicht fertig. Wir sind jetzt hier auch gefangen. Wir kommen ja gar nicht mehr in die richtige Welt. Ich glaube, dass wir hier jetzt wirklich lieber rauskommen. Wir müssen das jetzt machen. Auch warum war denn da Schnee? Oh, 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 oh. Das ist sehr kompliziert. Okay, dann gehen wir mal da zurück. Das bringt ja so nix. Wir müssen da anscheinend durch. Ich dachte jetzt, wir wären im Tutorial. Aber das ist schon wirklich so. Wir müssen da dann wirklich was tun. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wir jetzt als Aufgabe haben, wir haben da das abgebrochen. jetzt ist das ja irgendwie anders da es sei denn es ist jetzt wieder zurück zur wüste ich weiß es nicht ich weiß es nicht nein es schneidet immer noch wo stehe ich denn jetzt ich stehe wieder hier auf jeden fall sehr tolle geräusche hier aber wir sollen da glaube ich durch okay es hilft nichts wir haben glaube ich keine andere möglichkeit und das hat uns eigentlich gesagt wir sollen dadurch also es kam ja vor direkt vor uns auf dann gehen wir da auch mal durch naja oh nein was habt ihr getan auch man ich will doch keine horrorspielchen spielen bitte nicht okay keine horrorspielchen die kamera die kameradienst da und alles klar mhm mhm Was soll ich denn jetzt? Was soll ich jetzt tun? Was soll die Kamera da? Was ist das jetzt hier für ein Overlay? Dream Site Ich soll doch bestimmt da raus Alter Ich hab nicht in den Steam Text irgendwie Horror gelesen Oder ich hab's überlesen Pass mal auf Kann ich in Steam Overlay? Ja, ich kann in Steam Overlay Na, na, wo ist es denn? Community Hub Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht Ich glaube nicht Ich geh mal kurz gucken Dream Puzzle Game Shopseite im Moment Guck ich mal ganz kurz Indie Abenteuer Verlegungsreise First Person Na Wenn ich dem mal Glauben schenken soll Scheiße Also ich bin definitiv nicht gemacht Bei solche Spiele Man, das ärgert mich jetzt Warum muss so ein Spiel immer sowas hier Also da Also Ich kann doch das nicht Da steht nicht drin Es ist nicht Horror Aber es ist für mich grad Horror Ach man Das gibt es doch nicht Kann ich mich jetzt auch wieder ins Bett legen Verschlossen Ich muss die Tür also aufmachen Na, der Türschalter Wenn ich mich jetzt wieder ins Bett lege Geht nicht Okay Das geht nicht Also Das Ist jetzt scheiße Ganz ehrlich Jetzt hab ich mich gefreut Das Spiel sah so toll aus Und jetzt muss das hier so ein Psychospielchen sein Das kann ich nicht spielen Hab da die Nerven nicht zu Ach ist das schade Das ärgert mich jetzt Weiß auch nicht Ob ich es hochladen soll Ist ja doof Wenn ich jetzt hier das Spiel anzocke Obwohl Ich mach einfach den letzten Test draußen Fertig Und dann Belassen wir es hierbei Wenn es euch bis jetzt gefallen hat Könnt ihr euch das Spiel selber holen Kostet 15 Euro Auf Steam Und dann würde ich sagen Sehen wir uns einfach wieder bei einem anderen Game Ich werde mir das nächste Mal zehnmal überlegen Was ich kaufe Aber ich kann es ja wieder zurückgeben Ich habe bis jetzt bloß eine Stunde gespielt Das werde ich auch tun Ich finde es schade Dass ich das selber nicht spielen kann Weil ich halte das nicht aus Ich habe dagegen auf jeden Fall irgendwie Eine Phobie oder so Gegen solche Psychospielchen hier Und das hat mir auch gerade nicht geholfen Dass da so ein Typ da oben stand Das heißt Ja Geh mal zurück ins Hauptmenü Mann Das ärgert mich jetzt ein bisschen Wollte das eigentlich spielen Das ist eigentlich ein schönes Spiel Aber das ist so Oh man Naja Ihr müsst das wissen Das ist die Goldversion 1.2 Also ich kann es schon empfehlen Das Spiel Auf jeden Fall Das liegt jetzt bloß an mir Dass ich das nie weiterspielen will Weil ich so schiss davor habe Und so Angst Ich also Ne Leider nicht Tut mir leid Auf jeden Fall mache ich da draußen Letztest Ist ganz schön Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall sehr gut Wie gesagt Goldversion 1.2 Da wird bestimmt noch ein bisschen Gehangearbeitet Es sieht auf jeden Fall Jetzt schon richtig gut aus Und deswegen Vielen Dank Fürs Zuschauen Kauft euch das Spiel Das ist sehr sehr geil Für mich bloß leider nichts Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal